Herzlich Willkommen zum Trainini Jahresvideo 2009. Erleben Sie gemeinsam mit mir knapp 30 spannende Minuten, die Sie durch ein aufregendes Modellbahnjahr führen werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Der erste Höhepunkt 2009 war die Inter-Modellbau in Dortmund. Für die spurweite Z hielten die Z-France Europe die Fahne hoch. Sehenswert waren besonders die kleine, aber mit besonders vielen Details aufgebaute Anlage von Piero Spiroli aus der Schweiz und auch die Edelweißbahn von Götz Guddas. Im Piero Spirolis Idyll spielt die Eisenbahn fast nur eine Nebenrolle. Das lebhafte Treiben ist nämlich mit einer passenden und lautstarken Geräuschkulisse hinterlegt. Für den Vorsicht dann gleich ein, hört zur Fertenden, schuft ein. Die Spatzen, Entschuldigung, die Krähen pfeifen es von den Dächern. In Liebendorf brennt es. Ein riesiger Menschenauflauf schaut besorgt auf die lodernden Flammen des historischen Gebäudes. Die Polizei sperrt den Gefahrenbereich weiträumig ab. Doch die Feuerwehr ist bereits mit mehreren Löschzügen unterwegs, um ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser der Altstadt zu verhindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ausgelassene Wochenendfete unter der Eisenbahnbrücke auf den US-Modulen Auf Knopfdruck ließen sich Wasserrad und Sägegatter auf diesem Exponat von Götz Gudas in Bewegung setzen. Sein Sägewerk war die Hauptmesserattraktion 2009. Angelegsweizen Försindigte Mit Untertiteln Schreiewerk In der Altstadt 1 2 2 B 2 1 2 4 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Was dieses Sägewerk einmalig macht, es kann Streichhölzer und Reisig sägen, auch im Modell. Anschließend darf der Lehrling die Halle ausfegen. Dafür erhielt sein Besen echte Borsten. Bei den Eisenbahn- und Modellbahnfreunden Coburg fährt der Schienenbus durch eine typische Arbeiter-Siedlung des Ruhrgebiets der frühen Epoche IV. Untertitelung des ZDF, 2020 Schwerpunkt 2009 waren Laserprojekte. Auch im Jahresvideo möchten wir Ihnen ein herausragendes Projekt in Bildern vorführen. Götz-Gudas hat die Baureihe 70 im Eigenbau erstellt und das sogar mit einer funktionsfähigen Detailsteuerung. Sie glauben es nicht? Dann sehen Sie selbst. Schwerpunkt 2012 St AG-10 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Eine gute Nachricht auch für unsere Spurweite ZDF für funk, 2017 So konnten wir völlig unbeschwert im September 150 Jahre Merklin in Göppingen feiern Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.